Kuckuck, da bin ich wieder, Ghostbusters, es geht weiter, wir haben die Küche aufgeräumt, die sah vorher schon zu scheiße aus. Also fast. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Mandala-Mandala-Knoten. Wieso die immer so komisch stehen bleiben? Normalerweise ist man das ja von Spielen gewohnt. Hä? Ja? Und was steht hier so rum? Danke Gott, du bist hier. Okay, es sieht aus, dass der Psycho-Mass ist, um 190 Meter über unsere Hände. Der 13th Floor. Der Hotel hat keine 13th Floor. Kein von den alten Hotelzellen. Der Mann hat ein starkes Argument. Wir werden die Unterschiede. Egon, du und der Tenderfoot gehen auf der 12th Floor. Winston und ich werden die 14th Floor beherrschen. Sir, wenn du bitte mit uns kommen kannst. Was will mir der Künstler sagen? Hallo. Use your P.K.E. Use your P.K.E. Ah, eine verfluchte Uhr. Die Schweizer Todesuhr. 1821, die berüchtigte Schweizer Todesuhr wurde von Herschel glückgeherrgestellten, einen genialen, aber verrückten Uhrmacher. Ich weiß nicht, ob das ausgesprochen wird. Sie soll einen exakten Todeszeitpunkt von jedermann anzeigen, dass sich ihr nähert. Wenn man sie in der Feuerwache bei den vielen Entitäten aus dem Nachleben platziert, geraten die Uhrzeiger allerdings völlig außer Kontrolle und sie drehen sich wie verrückt. Peter benutzt die Uhr der Halt als Schreibtischventilator. Das ist lustig. Ob die hier so viele Stellen reingeknallt haben, damit man das von Weitem erkennt? Ich würde sagen, ja. Ich bin schon da, Jungs. Die könnten doch genauso gut mitfahren und einfach noch ein zweiter höher fahren, oder? Oder denke ich da jetzt so einfach? Ich bin schon da, Jungs. DTTC-Totally Trapped Transit Company. Jetzt bist du sehr stark, bis die Passengers getrennt in der Bus Station. Wenn meine Leistung wiederhören? Ich brauche mehr Stok-Options. Ich bin schon da, Jungs. Ich bin schon da, Jungs. Nach dir, Jungs. Das war ein Schmerz. Sehr gut. Das war ein Schmerz. Das ist ein Punkt für eine gefährliche Anstrengung. Es kommt von überall und keinem Ort. Es ist gar nicht möglich. Rey, komm in. Du bist da? Egon. Was ist passiert? Wir haben dich für einen Moment. Wir hatten einen nahen Kontakt. Ich habe noch mehr Informationen über die Spiderwitch-Ghost. Der Manager sagt, dass die Autorität sie nie gefunden hat. Aber... Die Körper wurden aus dem Boden geflogen. Sie wurden von Blut geflogen und verbringelt. Er sagt, dass die Verwirkungen in einer ziemlich schlimmen Lage sind. Sie wurden von Blut geflogen. Die Verwirkungen wurden von Blut geflogen. Die Verwirkungen wurden von Blut geflogen. und verbringelt in den Körner wie ein gigant Neck. Sie sieht, dass sie vandalize die Runde schlecht gemacht hat. Hm. Ich möchte nicht von einem Schlauch eingreifen von Blut geflogen. Ich sage das hier nicht, ich möchte nicht in einem Schlauch geflogen oder vandalized sein. Ich denke, das sentimentum ist unheimlich. Oh-oh. Are you ready? Red, komm in. Red, komm in. Yeah, what's up? What was the Spider Witch's room number? 1221. After her spree, it was locked up. Until about five years ago, when we remodeled. Hear that? Room 1221. I think that... I think that... Oh, greet our visitors. That's trouble. Not enough long. We're not alone in here. Ugh. Okay. Wollt ihr noch? Get out of here! That's a great... Ja, das wollte ich noch. Pose und Pfeil. Spickengrabbler, enge verwandte Griffgrabbler sind ebenfalls physikalische Manifestationen der ungeziefer Geister, wenn auch von einer anderen Größenordnung. Begegnung mit diesen Kreaturen werden bisher nur auf der Geister Ebene gemeldet, wo sie gewöhnlich die Vorboten anderer noch gefährlicher Kräfte sind. Das Werk sind sicher sehr impaktisch. Was? We hardly know each other. We hardly know each other. You know what? Who? What are you? No! Help! Alter, is das eklig! No! No! It's the Ghost World crossing through, happening sooner than we expected. It looks like this is where the node is focused. We could use some help. Ray, are you there? Come in, Ray! Looks like it's up to us. Let's find 1221 and finish this. Oh Gott. Oh Gott. Was soll da schon schief gehen? Warum? Here they come! Let's keep moving. I've probably missed a lot of artifacts. Artefakte! Okay. hier 1220 1222 no 1221. Where is it 1221? Has to be Was sind denn die hellzahlen? Kann man so und so sehen, nicht wahr? Ich mag das nicht, aber wir haben von Optionen ausgesucht. Komm zu mir! Ganz schön großes Zimmer. Okay. 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 Auf jeden Fall ein sehr großes Zimmer. Erkunde den Unterstupf, ja. Alter. Wir sind geschrumpft, oder? Wie wir geschrumpft sind, sind die anderen halt größer als wir. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Nein, das ist nur Deku. Das stimmt. Oh, hier ist es doch, oder? What the fuck? Okay. Lass gucken wir uns erstmal in Ruhe an. Oder auch nicht. Wir sind auf jeden Fall. Das ist eine neue für uns, oder? Es wird stärker sein, aber nicht es werden kann! Blast es! Na komm! Ah! Almost there! Don't let it recharge! Keep it up, kid! We... City... Cold... ...lay... Oh, no! Oh, no! Multiple contact! No! 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 Now! Hey, watch! Oh! Look! The Mandala Map! Ray, Winston, come in, you there? Egon, what happened? You alright? The recruit found the 13th floor and we shut it down. PKE levels are back to acceptable parameters. This node of the Mandala is fully neutralized. Alright! Where are you? We went back down to the 12th floor and couldn't find anything. Everything seems pretty normal. Looks like we're back in the Ruby Ballroom. We'll meet you at Ecto-1. Egon, remind me. Why are we driving aimlessly in the fog? The final node, Beckman. Close it, and we seal the Mandala. Trapping the ghosts inside. Sorry to break this to you, Egon, but I just don't see a Mandala... Uh... Oh! You were saying? Shandor Island. It's here. It's too unstable. I'm gonna have to drop you guys in circle. If Ecto-8 sinks, we're sunk too. Ray, since you're the most excited about going to Ghost Island, why don't I just take the boat? I thought I was making a nice gesture. You're giving me the suspicious look. Drop that instantly. Let's get going. Because nobody enjoys rushing headlong towards their death more than this fellow. What's the story behind this place, Egon? The Shandor's owned this island for generations. The castle was built in the 1860s. Evo Shandor used it as a refuge, a lab, and a temple for he and other cult members to worship Gozer. Ooh. That's all runnin' good. But can someone explain to me how an entire island sinks? The night the last Shandor died, there was a huge metal surge, and the river just swallowed the island forward. Shandor consecrated the island to Gozer, and the Ghost World reclaimed it. Uh-huh. The city's luck is in the middle of the river instead of Rockefeller Center. You're lucky now. But soon the Ghost World will continue to assert itself into ours, and the damage will be incalculated. Hmm. Just another screwed up day at the office. That's a big hole, guys. And I am not swimming in the Hudson River in November. So, how do you want to get it from? Maybe that crane still works. Well, if you could get that from over there to over here, make the world a better place. So, the fossilized boat wasn't enough. Now you want to activate some pre-Columbian death trap machinery. Pre-Columbian death trap machinery utilizes an entirely different principle. Well, I don't see any controls on that crane. How can we get it to move? Hey, what about the slime, Kevin? Don't be timid. Let's go. There's still a lot to do. Hmm. No, it doesn't make any sense. Wohin? Ich muss den Kran drehen. Ah, wird doch besser, als ich dachte. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es automatisch unterfällt, weil er gibt jetzt nicht unbedingt Sinn. Hände hoch! Oh! Du bist okay? Was ist mit dir? Du wirst nur bezahlt, wenn wir leben. Wird ja niemand anders machen können, nicht wahr? Schöne geil gemacht. Jetzt kommt bestimmt noch gleich was. Ah! Gesangbuch der Kirche von Gozer. 1919 Ivo Shandor ließ die dunkle Kirche von Gozer wieder aufleben. Um sie populärer zu machen, versuchte er die uralten Sumerischen zum Rituale moderne Vererbungszeugen zu verwandeln. Kurz darauf wurde das Segen in der Dunkelheit komplett abgeschafft. Okay. Thunder Island. Wo müssen wir hier durch? Nope. Ich dachte, weil die mir folgen, müssen wir hier lang. So, gehen wir einfach mal weiter und gucken, was passiert. Hier. Wahrscheinlich. Hallo. Hier hoch. So, das klingt nicht gut. Was ist das? Was ist das? So, die wollen ja. 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 Das, was du sagst. Auf die Seite! Während die Seite! Auf die Seite! Oh Gott. Ihr müsst ihn zerschmettern, Freunde. Ich muss das erste Rookie zeigen, wie man das macht. Was soll ich denn machen? Ach so. Was soll ich denn machen? Das ist ein fucking Labi. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Hier geht es was. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Egon, Winston. Können wir hier rauskommen? Ist die Tür jetzt offen? Nein, ich habe das so wie falsch rum gemacht. Irgendwas klingt jetzt ziemlich scheiße. Ich liebe Labyrinth. Ich liebe Labyrinth. Ich liebe Labyrinth. Der Richtigste ist ein sehr starker ausgestopfter Bär. Der Ursprung dieses mottenzerfressenen alten ausgestopften Bären ist nicht bekannt. Sein paranormales Verhalten, das Ausstoßen eines abstoßenden und merkwürdig fessenden Schmerzensschreis wurde ja noch immer wieder wahrgenommen seit dem dezember 1867 aus dem clove museum für taxidermische kuriositäten gewollt wurde jetzt muss ich komplett zurück rennen ja so ungefähr müsste euch das vorstellen wie ich wie ich orientierungslos kids on to something Warum will ich das denn? Das hat es geschafft! Die Tür ist groß öfter! Geh zurück hier! Kann ich hier über die Hecken abschießen? Hahaha! Noll! Alter! Was? Alter! Die Tür ist öfter! Geh zurück hier! Das ist problem! Was? Was? Hang on! You got a mean streak, Rook! I'm hit! We don't have that one in the database You hit me! Multiple contacts! Ah! Oh, I have to watch after you! Give it to him! Okay... Okay... Look behind you! Oh... Ich sehe... Scheine nichts zu bringen... andersrum nope, also wir können wieder hoch einfach ein bisschen abkürzen schön, dass man das quasi raus so, Freunde der Sonne ihr wisst, wenn ich so eine Pause mache, was das heißt wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder würde mich freuen, wenn ihr dabei seid bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin Vielen Dank.